Hallo liebe Hungrige, ob ihr aus dieser leckeren Champignon Chorizo Pfanne nun ein Hauptgericht, schnelles Abendessen oder Tapas macht, bleibt natürlich völlig Euch überlassen, ganz egal in welcher Variante, auf jeden Fall schmeckt es sehr lecker. Wir brauchen dafür natürlich Chorizo und Champignons, frische Petersilie, angewürzten Pfeffer und Salz, wir brauchen Creme Balsamico, eine Zwiebel, vorzugsweise rot, einige Knoblauchzehen, etwas trockenen Weißwein und ein Schlückchen Zitronensaft. Vorbereitend schneiden wir die Chorizo in Würfel und die geschälte Zwiebel in Halbscheiben und zwei der Knoblauchzehen werden fein gehackt. Nun erhitzen wir etwas Öl in einer Pfanne, geben da hinein die Chorizo Würfel, auch die geschnittene Zwiebel und ebenfalls die gehackten Knoblauchzehen. Nun bei hoher Temperatur und unter regelmäßigem Umrühren, alles scharf anbraten, dann löschen wir mit der Hälfte des Weißweins ab, alles umrühren, dabei kurz nochmal köcheln lassen und dann vom Herd nehmen. Nun erhitzen wir wieder, jetzt allerdings in einer etwas größeren Pfanne etwas Öl und da hinein geben wir nun die geputzten Champignons, kleinere können wir ganz lassen, größere besser halbieren, diese nun im heißen Öl anbraten, so für 7-8 Minuten, immer mal umrühren dabei und wenn sie dann Farbe angenommen haben, pressen wir die zwei noch verbliebenen Knoblauchzehen dazu, wieder umrühren und so für 2-3 Minuten weiter braten. Dann gießen wir die zweite Hälfte des Weins dazu, löschen also damit ab und würzen nur noch kräftig mit Pfeffer und etwas verhaltener mit Salz. Dann geben wir noch einige Spritzer der Creme Balsamico darüber und runden alles mit einem Schlückchen vom Zitronensaft ab. Alles vermischen und nun geben wir auch die schon vorbereitete Chorizo Mischung mit hinein, rühren gründlich um, schalten den Herd aus und lassen alles so für weitere 3-5 Minuten ziehen. In der Zwischenzeit hacken wir die gewaschene Petersilie, streuen diese darüber und rühren sie unter. Und das war's, wir nehmen die Pfanne vom Herd und können das leckere Essen nun genießen, bei mir gibt es Brot dazu, doch wer möchte, kann dazu natürlich auch Kartoffeln, Reis oder Pasta reichen. Mir hat es ganz toll geschmeckt, ich hoffe Euch auch, wünsche viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls Ihr aber lieber eine Suppe essen möchtet und es als Dessert vielleicht Eis geben soll, dann schaut Euch doch diese Videos an. Bis zum nächsten Mal, Tschüss, Bye Bye. Bis zum nächsten Mal.